tut mir leid ich habe gerade so ein bisschen die die sommerbrise genossen die durch diese landschaft und ihre blätter gestrichen gestrichen sagen gestrichen bei bin ich weiß nicht gestrichen ist gefahren ist hier der fahrende ritter ist durch den wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play Witcher 3 blood and wine mit paxis wir wollen eigentlich auch bock darauf dieses fragezeichen hier noch zu nehmen aber wahrscheinlich entstehen hier sowieso noch mehr fragezeichen wenn wir dann zu der mission kommt die hier in dem örtlein ist und wir dann halt das anschlagbrett angucken deswegen ignorieren wir das erst mal gehen jetzt erstmal zu den beiden fragezeichen das war ja auch der plan oben rechts sieht man in der richtung wo ich hin muss ist ein gegner monster mehrere sogar ich werde mal aus dem weg gehen ist ja auch nicht so weit deswegen rennen wir einfach hin ach es sind sogar noch banditen krass oder ja doch banditen waren es ne vielleicht gehören die eigentlich zu der mission dazu wo wir den fahrenden na wobei ne wenn die dazugehört hätten wo wir den fahrenden den ritter besiegt haben verfolgt das immer noch dann wärst hansebasis du näherst dich der operationsbasis einer bande von gesetzlosen die als hanse bekannt ist sei vorsichtig und bereite dich auf einen harten kampf vor die banditen sind gut organisiert und können bei einem angriff benachbarte banditenlager zu hilfe rufen um das zu verhindern musst du die banditen mit fackeln töten die auf signalfeuer zu halten dahin zieht es jetzt den anführer der hand zu töten ach krass das ist ja richtig geil moment mal wenn ich da jetzt zuerst zu dem fragezeichen hier geht es ist ja auf garantie auch eine benachbarte banditenlager oh hier ist auch noch irgendwas dann ist es vielleicht besser wenn ich die erst platt war damit die ich gerufen werden können und vielleicht schaffe ich auch den kampf noch gar nicht neue markierungen eingang vielleicht können wir uns da von unten dann ranwagen egal ich gehe trotzdem erstmal zu dem anderen fragezeichen ich denke es dann banditenlager ist damit die nicht rufen können und ich bin gerade auf dem berg deswegen kann ich rennen hier ist auch noch irgendwas hier war noch irgendwas ach hier ist noch was höhlen mäßiges da unten rennen nämlich banditen rum ich wusste es wir kommen da wahrscheinlich und die sind halt alle relativ groß level wir kommen da wahrscheinlich rein über diesen höhleneingang und hier ist auch noch ein höhleneingang das ist ja krass ich mache halt immer den fehler dass ich diesen starken angriff wenn mein schwert rot leuchtet machen will gegen gegner die auf mich zu rennen das funktioniert aber nicht weil der schwere angriff länger braucht bis er ausgeführt ist den kann ich nicht machen oder der jenige der auf mich zu rein muss noch mega weit weg sein aber die sind halt immer schon so nah dass sie mich eher treffen das ist halt einfach super dumm von mir aber ich kann mir einfach nicht abgewöhnen den starken angriff da besser zu timen so ok mal überlegen gehen jetzt mal hier runter damit ich nicht von da oben mich dem ding da nähere das wird ja dann wirklich eine längere und schwierigere angelegenheit als ich gedacht hätte so dann nähern wir uns nämlich von hier nochmal nochmal da ach du scheiße wie wenig habe ich nicht abgezogen bitteschön ich mache echt wenig schaden also das ist absolut machbar klar ach krass wenn man abwehrt dann verfliegt der effekt oder was mit rot aufgeladen oh gott ich glaube also ich werde jetzt einmal noch probieren aber ich glaube wenn ich noch mal sterbe dann wäre es lassen weil ich glaube das dauert halt ewig es ist wieder so ein dark source kampf dann weil guck mal wie wenig schaden ich mache also das ist halt eine geile kompo wenn man die dann hinschmeißt aber ich glaube bei diesem schweren ähm typen geht das gar nicht komm hättest du ihn doch einfach aufschlitzen können jetzt aufschlitzen sage ich schon aufschließen ok aber das banditenlager schaffen auf jeden fall noch ist ja nur ein typ na wir enden den kampf ich will das zeug hier einsammeln dann muss ich ja nachher wieder rüber gehen ok will er nicht fällt gerade ein wir könnten ja eigentlich total sexy dann äh Bombe hinwerfen wenn er jetzt nichts macht noch ordentlich sterben jetzt nicht sterben vor allem gott sieht er viel ab jetzt sterben wärs sehr dumm ah es geht auch bei denen geil oh fuck er hat ihn nicht aufgespießt steht auch zu schnell auf also richtig schlau stellt er sich nicht an hier im kampf nice ok also das banditenlager haben wir da oder das können wir auf jeden fall klären wir müssen ja wahrscheinlich noch eine kiste einsammeln krass wie schnell das Wasser fließt obwohl es total flach ist wobei wenn es flach ist kann es auch schnell fließen war ein bisschen unlogisch gerade glaube ich die mit ihren zwiebeln ich komme gar nicht drauf drauf ok nicht da reinlaufen weil da sind auf jeden fall noch mehr gegner wir müssen jetzt erstmal geil ist einfach nur so ein beauty sack oh aber 458 kronen ist natürlich geil ein Rezept und ein nasser Brief der nach Seife riecht Balastro du und deine verschissenen Helfer verdienen tausend Hafe Peitschenhieber auf die blanken Ärsche für das was ihr gestern Abend verzappt habt ich habe dir befohlen genießbares Essen für unsere Bande zu kochen von dem was ihr da angerührt habt kann es sogar am am Maurer vorn und hinten raus obwohl er sonst auch Essig und saure Ziegenmilch abkann was habt ihr da reingedan Hundescheiße wenn irgendeiner von euch den Köpfen nochmal zu nahe kommt schlage ich ihm persönlich den Kopf ab morgen will ich euch verdammte Küchenmannschaft am Fluss sehen ihr werdet die vollgeschissenen Hosen der Hanse waschen bis sie euch die Hände bluten aha das war interessant und die scheinen auch flicken das ganze flicken zu müssen wie es aussieht ok jetzt speicher ich nochmal und gleiches Credo ich versuche das jetzt einmal oh fuck man habe ich etwa ich habe gerade gedacht ich hätte vergessen meinen Timer einzuschalten aber ne alles gut ja ich gehe jetzt hier rein und versuche das Ding zu klären aber ich denke wir sollten da später mal hingehen weil ich glaube dass da ähm Levelmäßig müssten wir halt was sind wir denn für Level jetzt eigentlich wo sehe ich das ne das war Alchemie die sind Level 41 und die sind Level 40 und trotzdem sind die noch zu stark das ergibt doch gar keinen Sinn also die haben ja dieses Totenkopf Zeichen und wir machen ja auch echt nur wenig Schaden im Vergleich krass verstehe ich nicht so richtig das blöde ist halt echt wir haben 3 verfügbare Punkte und ich habe halt nichts wo ich die reinbuttern kann weil ist einfach alles voll es gibt halt nichts die hätten hier mal noch ein Slot oder sowas freimachen können was soll ich denn jetzt machen was haben wir denn hier noch nach Konter nach einem erfolgreichen Konter bewirkt der nächste Angriff 10% mehr Schaden pro Fertigkeitsstube und Erfolg als kritischer Treffer mit Chance auf Niederschlag je nach Anzahl der Adrenalin-Punkte mach ich halt nicht so oft aber ist halt trotzdem gut ne bringer den Schaden durch Treffer die beim Ausweichen ja das ist Pflicht was ist das tödliche Präzision jeder Adrenalin-Punkt kriegt der Chance auch sofortiges Töten des Gegners 1% hinzu der Effekt kann höchstens alle 15 Sekunden ausgelöst werden ist halt ganz geil ach ich weiß auch nicht so richtig was ist das hier steiger Angriff erhöht den Schaden bei steigem Angriff um 5% die mach ich ja jetzt ab und zu mal durch das Schwert aber ich weiß nicht ob sich das lohnt aber ich mein das Problem ist halt das Problem ist halt ich kann die ja einfach aufwerten die Sachen ich hab die Punkte ja aber ich muss dann ja irgendwas hier freimachen um das zu aktivieren das ist halt das Problem das ist halt scheiße das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu während er Axie wirkt erhöht die Intensiv und Axie in Dialogen verkürzt die zum Wirken benötigte Zeit vielversuche Axie zu wirken lassen das Ziel taumeln ja das habe ich ja nur drin für die Gespräche erhöht die maximale Vitalität an 500 das kann man zur Not mal rausnehmen tagsüber regeneriert Vitalität schüttlich 10 Punkte pro Schaden das ist halt eigentlich gut weil da braucht man nicht so viel Heilungszeug tagsüber und ich gehe ja meistens tagsüber rum ne Klingenfotos wird sofort einer dringend erhüpft das beim Scherzschlägen das brauchen wir vielleicht nicht unbedingt oder wobei ne dieser Punkt ist ja damit man nicht direkt stirbt also wenn ich jetzt in den Kampf eintrete und direkt einen anderen Elinpunkt bekomme dann kann ich einmal meine Energie auf Null fallen lassen und bekomme mal direkt wieder Energie durch irgendwo hier habe ich diesen Effekt ich weiß nicht mehr welcher das war Konter Wirbel ja den brauche ich auf jeden Fall Präzisionsschläge erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellem Angriff um 10% und den Schaden der kritischen Treffer ja das brauche ich auch beim Wirken von Zeichen werden 3 Elinpunkt verbraucht und das Zeichen das ist rotz ich glaube das nehme ich raus das nehme ich raus das brauche ich nicht das ist rotz das brauche ich nicht erhöht die Schaden bei schnellem Angriff erhöht den Schaden das brauche ich auch schnelle Angriff habe ich einen ja das brauche ich auch ok also ich kann auf jeden Fall 1, 2 Plätze vielleicht freimachen so das mit der tödlichen Präzision wäre eine Möglichkeit weil die Chance jemanden sofort umzubringen ist immer gut Lichtreflexe beim Zielen mit der Armbrust wird na das ist rotz das brauche ich nicht Armbrust ist egal was ist das wenn Schaden erlitten wird ist der Adrenalinverlust das ist auch egal so jetzt Kraftträger erhöht den Schaden bei steigend Angriff an 5% nehme ich ja fast nie erhöht die Chance auf kritische Treffer bei steigend Angriff von 2% und den Schaden kritischer Treffer ja ok zerfleischen bewirken als Verbrauchter aussort die gegnerische Verteidigung wird ignoriert und die Chance auf ja ok und Rüstungszerschlagung verringert die gegnerische ah ok ich glaube ich wäre erstmal in das hier rein oder das ist halt echt schwer das ist alles scheißegal das brauche ich echt nicht Alchemie auch nicht das ist glaube ich auch egal plus 7% Angriffskraft plus 5% Angriffskraft ne ich bräuchte mal hier so ein ganz großes fettes war wohl gehen äh plus 150 Vitalität plus 150 Vitalität oder ich nehme halt die 5% Angriffskraft ich glaube das ist sogar besser oder was macht das hier nochmal Zeichen Intensität ne das ist rotz 5% Angriffskraft 5% Angriffskraft Herzgreifenmutter gehen aber ja das sind halt Relikte aber die machen auch nicht mehr nehmen wir mal die Angriffskraft ähm so und jetzt nehmen wir tägliche Präzision ich weiß halt nicht ob ich dann na wir machen erstmal tägliche Präzision ich glaube das ist ganz gut was wird das nochmal Paraden Perfekt naja das ist egal so jeder Adrenalinpunkt fügt der Chance also fortiges Töten das Gegner 2% hinzu der Effekt kann aber ok das nehmen wir jetzt statt was habe ich gar nicht gebraucht das hier ne Flut des Zorns alle Booty werden ja genau das ist rotz so jetzt habe ich noch einen Adrenalinpunkt jetzt ist halt die Frage was ich da ich war da erstmal wieder bis ich ein paar Level aufgestiegen bin das ist jetzt egal ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden jetzt haben wir zumindest eine geringe Chance oh speichern wichtig eine geringe Chance dass eben die Gegner direkt tot sind es ist ja nur 2% aber man muss ja überlegen wie oft man zuschlägt ne das heißt wenn ich wenn ich 50 mal zuschlage dann stirbt im Durchschnitt einer direkt das passiert aller 15 Sekunden also kann maximal aller 50 Sekunden passieren so und ich denke das das schafft man schon also das wird schon merkbar sein dass man da aller 50 Schläge ein platt macht also ich nur im Durchschnitt das kann natürlich auch mal nach 20 Schlägen schon passiert sein oder 100 Schläge brauchen aber im Durchschnitt werden es halt aller 50 Schläge einer sein hier war aber kein ne kein Wegkreuz das wollte ich nochmal nachgucken das sind doch schon die ersten oder? ach scheiße der holt sich ja ok das werde ich eh nicht schaffen oder? den einzuholen oh krass der ist direkt nach einem Schlag tot alles klar scheiße ich hätte auf jeden Fall Katze nehmen sollen ich sehe gar nichts und bin auch gleich tot ich werde nochmal raus rennen und mich heilen das ganze nochmal am Voranfang und nochmal speichern natürlich aber wie gesagt ich probiere es sowieso nur einmal und dann egal noch mal alles auffüllen dann das kann man wegstecken das brauchen wir nicht vielleicht wählen wir eine Bombe aus ähm Katze nehmen so speichern und jetzt geht's los und ich hoffe mal das ist aber gut eigentlich bleiben ja die Gegner tot also dürfte jetzt nicht wieder jemand mit einer Fackel dastehen kommt her ich will auch nicht gegen so viel auf einmal kämpfen deswegen renne ich mal nicht ganz so schnell vor wenn ich so Level 48 oh Gott aber wenn ich so taktisch mache dann könnte es was werden wir speichern nochmal also jeden Gegner den ich platt gemacht habe wo ich dann speichern kann speichern ich natürlich das verfolgen und Papierkrieg sprich mit zier achso Fanelli über dein Geld alles klar macht doch gut Schaden wie man sieht aber es zieht halt trotzdem nicht oh fuck da hat Pfeiler nein ach ich Idiot die kommen jetzt wieder hier hoch scheiße ah hier ok ich hab doch nur auf Bombe gedrückt schon wieder aber macht denn das nicht alter was jetzt bin ich gestorben nach einem so ja es ist mir zu blöd also ich lade jetzt logischerweise aber ich mach das andermal also ich mach das später mal die haben Level 48 ich bin mit quasi einem Schlaggefühl tot fast jedes Mal es ist machbar ich kann es immer wieder wiederholen es ist machbar wenn man super taktisch kämpft wenn man super langsam kämpft wenn man super überlegt kämpft und trotzdem wird es vielleicht immer wieder mal Momente geben wo man dann es normal macht aber wie gesagt es dauert halt so lange und es ist ja eigentlich auch noch nicht gedacht dass man es jetzt schon macht deswegen lass ich es erstmal sein ähm und geh jetzt anderen Quests nach ich schreib mir ein so einen besonderen Pin hin damit ich Bescheid weiß dann gehen wir später mal nach der Hanse gucken so jetzt wärme aber erstmal noch ein stündchen schlafen damit diese diese Katze weg geht es nervt ein bisserl an der frischen Luft und dann mach ich mir so wie konnte ich nochmal die eigenen machen ach ja hallo sollst du es verschieben hä kann ich es nicht verschieben ach wie dumm ist das denn ok dann mach ich das hier hin so ok und jetzt machen wir das Quest was uns hier hinführt weil ich weiß leider nicht mehr wie das hieß ist aber egal das werden wir ja schon finden da hier aber noch ein Fragezeichen jetzt nehmen wir das erstmal mit wir können uns eh nicht hin teleportieren also wir können eh nicht schnell reisen da wir das Wegkreuz noch nicht haben wo ist Plätze ich glaub Plätze bringen uns hier noch gar nichts weil es jetzt so uneben ist ich geh erstmal ich geh erstmal bis zum Weg man kann ja auch nicht durch tiefes Wasser reiten wobei das hier ist gar nicht so tief aber trotzdem ich glaub hier könnte uns jetzt Plätze helfen war da noch irgendwas interessantes ne hier waren wir schon Plätze oh Gott wo ist er denn wieder kommen wir hier drüber ja du hast mir gleich gefallen oh das springt rüber springt rüber springt rüber vorsicht die Kinder oh der der liegt in der Luft war nicht schlecht angeblich soll es hier eine Hexe geben ja ich hab die Hexe auch gesehen die Hexe vom Luxfelsen die war gar nicht so schlimm obwohl sie den einen Typ da hat umbringen lassen und ja hat mir aber dann doch irgendwie geholfen ich weiß nicht ob es schlau ist querfeld einzurennen haben mir aber doch irgendwie geholfen die diesen Fluch raufzuheben die gute Hexe die gute Seele aber jetzt sehen wir sie nie wieder weil sie eine Lockup von uns hat ich glaube wir hätten sie auch so nie wieder gesehen wenn wir ihr die Locke nicht gegeben hätten sind da genug ist das verlassener Ort oder oder ne es ist ein gewacher Schatz oder sowas einfach großartig ein Wolf Level 40 auf den Spuren Majoran geil wie ich fast tot bin Das waren nur drei Wölfe, die haben aber auch wieder, also wir haben viel Schaden gemacht, aber ich suche die Spuren um die verlassenen Wagen herum. Keine Ahnung was das von Quest ist, aber große Fußstapfen, die dritte Gruppe, aber wir machen es jetzt einfach mal. Zerschmetterte Knochen, verdammt, ganz schön stark. War ja trotzdem ein Fragezeichen, liegt hier noch irgendwas rum, was ich brauche? Ich würde sagen, wir machen ja erstmal einen Cut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Zwergenschmiede Werkzeug, Elfenschmiede Werkzeug. Hä? Kann man das direkt benutzen oder braucht man das für irgendwas? Ne, das kann man nicht direkt benutzen. Ich dachte, das wäre so ein Reparatursit, weil das so ähnlich aussah. Da haben wir hier eigentlich Präzisionsbolzen. Stimmt, wir können die Bolzen mal ausrüsten, weil die sonst nicht verbraucht werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Praxis. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.